ach stimmt so ging das ganze ja ich erinnere mich ja das war spaßig gut dann hat er jetzt halt ein bisschen regenbogen da weiß ich jetzt nicht ob man das unbedingt zu haben will auf jeden fall back ich gehe kurz einmal raus und wieder rein damit er jetzt einmal da ist so das kann alles so bleiben weil jetzt müsste er genau jetzt ist er einfach da the first thing you need to know about the special defense artifacts i've got for sale but only if you got some defender medals davon hatten wir ja schon der verkauft auch ich kaufe mir die einfach mal platziere das eben kurz hier ein bisschen weiter draußen platziere ich jetzt einfach mal das war natürlich was muss ich denn damit machen ich kann gerne auch noch hier alles weg machen ich kann gerne für das ding holz hinpacken wenn es denn dann sich besser fühlt aber eigentlich so das mache ich auch noch zum richtigen block zack hier auch mache ich das eben auch zu mache das auch zu einem richtigen block sehr gut so jetzt packe ich den kristall hier rein oh oh was habe ich denn getan mit dem old ones army oh oh die old ones army first wave eternal goblin oh oh die sind ja super schwach muss ich das ding vielleicht verteidigen ja ich muss das ding verteidigen okay die sind ja super schwach oh jetzt habe ich das mana ja gut dass ich das ding nicht dabei habe nein lass meinen teil in ruhe okay das werde ich wahrscheinlich nochmal machen müssen die musik ist cool komm schon okay vielleicht trinkst du doch mal einen Halt ran die erste welle ist fast vorbei okay die erste welle ist vorbei aber das ding ist auch schon fast kaputt okay ich wurde getötet ja das teil ist kaputt gegangen brauche ich das ding denn wenn ich das nicht irgendwo hätte ich das nicht irgendwo ich hatte es dabei oh nein okay nochmal ich will das schaffen ich hätte aber ganz gerne ich habe keine von den Sachen mehr bekommen ich hätte gerne ich hätte gerne bitte was Wenn ich hatte sehr einfach so wie sie als die von der der sie auf den den kann ich jetzt aber trotzdem nicht nochmal packen gut dann ich will das auf jeden fall machen das sah eigentlich ganz lustig aus dann nehme ich mir hier mal die Potions mit und noch mehr Healing Potions ich habe eigentlich genügend dabei dann probieren wir das Ganze jetzt noch mal das sah echt lustig aus kann ich jetzt schon ja oh wie gut ja das Ding hilft mir einfach das ist wirklich echt gut machen so lustige Geräusche so auf der anderen Seite ist auch alles clear das ist schon mal gut ich komme auf jeden Fall sehr viel besser durch jetzt dadurch dass ich jetzt auf der anderen Seite den Turm habe so oh das Teil oh oh kann ich mir einen neuen spawnen das ist eigentlich echt praktisch und die nächste Wave kommt was das Ding regeneriert sich nicht höh okay ich brauche mehr von dem Mana gut jetzt habe ich mehr von dem Mana was ist das denn Bomber ach du Kacke so ich habe mir gerade mal ein bisschen mehr Mana gepolt soll ich nämlich noch mehr jetzt kann ich mir hier noch einen davon hinsetzen die sind echt gut die Türme au okay woher ich komplett ich trinke mal ein Halt ran oh wie viel Schaden die machen das ist sehr heftig so hier hole ich mir auch mal das ganze Mana stelle ich hier noch einen hin so auch mal das ganze Leben eben auf ja läuft doch ganz gut bis jetzt wahrscheinlich kriege ich es gleich richtig aufs Maul ich kann ja so auch schon angreifen bevor die überhaupt sichtbar sind so jetzt habe ich wieder ein bisschen Malarmee gesnackt da bekomme ich immer richtig aufs Maul das finde ich nicht ganz so nett au boah was macht mir denn so viel Schaden hört sich auf jeden Fall lustig an ja ich kann mir noch einen holen wie viel kann ich mir denn davon holen und endlich werden es ja nicht sein so ich kann mir auf der Seite auch mal das ganze Mana sollten es unendlich sein wäre es ja richtig cool so noch mal ein bisschen Mana geholt hier hole ich mir auch mal das ganze Mana solange ich kann jetzt haben wir hier noch mehr Mana dann stelle ich mal hier noch einen hin also die machen schon echt viel Schaden das ist super einfach mit den Sachen gut dass ich das zu mir geholt habe ich weiß nicht ob das mit den anderen auch so einfach wäre oh jetzt kommen auch Drachen dazu ich hoffe es bleibt bei den vier Wellen weil sonst habe ich echt verkackt die haben echt zu viel Leben oh ne bitte sagt das die letzte Wave weg, 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 weg bitte sagt mir erst das die letzte Wave war nein es kommt noch mehr warum das Ding ist doch schon fast kaputt so noch mal mehr hier rumgestellt die treffen das oh doch die treffen das inzwischen das Teile ist gleich kaputt wenn es so weiter geht das ist ein Nein. Warum? Ach man. Okay, vielleicht brauche ich auch einfach was dazu zu sagen. We want to place you in a crystal sand in a pretty open flat area, lots of walls and stuff might make it pretty difficult to protect. Oh, ich habe zwei Defender Metals bekommen. An average speed tower that shoots exploding fireballs. A trap that explodes when enemies come near. An aura that rapidly saves enemies that go inside. Das brauche ich noch unbedingt. Jetzt kommt auch noch eine Goblin-Armee. Ich weiß ja nicht. So, ich mache mal hier eben kurz zu. Ah, habe ich das jetzt nicht mehr in der Hand. Weil jetzt können die da nicht mehr reinkommen. Okay. 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 Okay.